Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von OS22. Ich mache mal ein paar Mapbewertungs-Maps und Mapbewertungs-Videos. Wir sind auf der Niedersachsen, nur können sie ein bisschen anfangen. Man muss erstmal gucken, wo ich überhaupt bin. Ich bin 68 auf Welt. Das ist eine vierfache Mapbewertung, das hängt mir ein bisschen los. So, hier sind wir. Also von den Feldern her ist eine vierfach sehr groß. Ja, sind so mittelgroße Felder meistens. Hier viele Grasfelder, hier auch ein bisschen kleinere auch. Es gibt hier, wie man sieht, viele verschiedene Sorten. Weißkohl, Rotkohl, Zwiebelkraut und so. Das ist schon sehr cool. Mohnen gibt es. Das ist schon mal sehr cool, was hier auf der Niedersachsen gibt. Das ist ein Pluspunkt. Von mir gibt es noch einen Pluspunkt von den Feldern. Und dann schauen wir noch, was ich sonst noch so auf der Niedersachsen gibt. Wie es so aussieht. Wo kommt man hier raus? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Außendeck der Tiefe ist ein bisschen besser. Ihr ist jetzt auf der Skitze adoptions prender. Der ist jetzt außergewöhnlich. Oh ja. Ich habe es auch auf der Niedersplayer. mal ganz oben früh afiniert, der stre property vor dem fertigen zij. We are so delighted. vielleicht ich finde mir auch was schönes aber auch ganz standard ein bisschen Berge drin, das ist cool Feldwege ja da gehen wir auf den Feldweg, weil ich finde manche VW sind nur rüber und rüber und rüber das ist ja ein Kohl, oder? Du weißt das? das sind ja verraten, ok wir haben bestimmte Hände, oder wie? oder wie ist das? gemacht ich frage dann, was denn das ernt wird? ein Getrab denn von Niedersachsen? hmmm keine Ahnung wenn man das ernt wird das hat die Gerotten hinzu vielleicht muss ich da extra das runterladen, weiß ich jetzt nicht kann man hier rein naja der Boden ist gewöhnlich bedürftig mir gefällt jetzt zum Beispiel nicht so gut aber hier ist er gut aber auch zum Feld zu würde ich mir Erde machen, was dem Ganzen ist hier im Bach ja nicht nur eigentlich mal frage, wo ist denn eigentlich der Hof? hier oben? ne, Viehhandel hmmm und? Pizza Italia aha noch ein Viehhandel noch ein Viehhandel hm wo ist der Hof? da oben? sowas ja und das ist ja nee klein nicht, aber wir haben schon da kommst du's drauf machen Euro eine Seite so so viel gebäude wir haben uns zu holen wir haben auf jeden fall und steuern schweinestallung wir haben nur noch nie Achso, vielleicht kaufen. Ah, jetzt. Das würde schon ein Schweinesteller sein. Vermutlich mal ein Futter reinschütten. Ja, jetzt sieht er schon besser aus. Dann ein schlichter Hof, Basilos, Huststall, Schweinestall, ein paar Hallen, ein Silo, Bauernhaus und hier rein. Alles verrückt. Ja, nicht schlecht. Es wird sicher noch ein Hof geben. Ah ja, hier ist ein Hof. Wird das hier auch anders sein? Also warte mal. Warte gleich. Mach kurz was. Hoch. Und das hier ein Hof sein. Oder? Das wird jetzt... Ne, das wird was anderes. Aber hier ist noch ein Hof. Wollen wir uns da angucken? Das wird kein Hof sein, glaub ich doch? Doch, auch ein Hof. Okay, das ist drei Höfe schonmal. Ja. Vier Höfe. Fünf. Warte, ich hab so viele Höfe. Sechs. Jawohl. Sieben. Ne, das ist jetzt Biogas. Grün. Vielleicht noch. Ich hoffe, dass mal hier alles wird. Ja, aber dann werden wir jetzt hier... Ja. Ja. Ja, ich hoffe, dass alles... Und wo jetzt überall ein Hof ist. So, wir haben jetzt... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf... Zwölf? Zwölf Höfe? Dreizehn? Ne. Zwölf Höfe für eine Vierfachkarte? Ja, das ist gedauern bloß. Warte, aber was... Errungenschaft. Einmal so will ich dann... Ja, für... Was ist das hier hier so? Was wird die Karte? Okay. Zwölf Höfe. Ist doch cool. Sind ja die andere Zeiten. Erste war schon Juni, Juli, okay. Überall sind ja ein bisschen anders. Wir laufen schon im August. Pappeln über das ganze Jahr hertreff. Gras auch. Ölreizschau. Ist ja Standard halt. Naale Dinkel ist jetzt morgen. Seem September. Rocken ist Juni, Juli. Hier ist es jetzt im nächsten Monat. Karotten im Oktober. Zwiebeln im Oktober. Rotkohl und Weißkohl auch im August. So wie die Kartoffeln. Ja. Fangen auch hier ein bisschen rum. Um... ...m... ...mh... ...das kann ich mir immer so ein besserer Weltweg aber wenn es nicht so normal ist oder auch... ...wennst du es da überhaupt... So, ein Sonntag ist irgendwie, wir haben es da rüber getauscht, ich bin irgendwie so besser als die Filme irgendwie, auch im Pluspunkt. Die Kale hat hier so eine gräblichere Farbe als ein Weizen, zum Beispiel auch hier runter. Das ist schön, dass ihr denkt, ne, wir machen die Zwiebeln, da ist der Mond, glaube ich, tut es aus. Und hier, glaube ich, das Gras, oder? Hier ist es, glaube ich, im Hochenhof, ja. Ich glaube, das sind überall. So groß. Oh, der Bass ist schon größer aus. In der Werkstatt hier im Silo. Jun, wir sind das große Silo, sehr viel. Wir sind noch eins. Der hat drei riesige Silas. Wenn man einen großen Maschinenspieler will, da kann ich jetzt hocken. Niedersachsen. Beine. Jetzt will ich aber wissen, was hier, wie ich hier rüberkomme. Der Fluss, der ist endlich, unendlich. Fangen wir hier ein bisschen runter, sowohl wir in der Brücke gehen, wo man rüber kann. Wo der? Oh, hier vorne. Oder hier vorne. Wenn wir uns nicht dran gucken, schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch einen Teil wollt. Dann ladet ihr euch hier einfach selber runter bei Verbindenmutz. Da ist das, die ich schon noch geladen habe. Wenn wir jetzt davor machen. Mal die Druckstour. Dextour anscheinend vom Mond. Das sollte der Mond sein. Das ist Lila, ne? Oder? Oder bin ich gerade verliebt? Ah, rot ist das. Ach so. Haben wir ja nicht auf Mond. Der Mond ist ja rot. Ja. Das sieht ganz gut aus. es hat alles so komplett gerade platziert halt. Ja. Kann man machen. Vielleicht ein bisschen mehr. Hier ist halt so viel platzend. Ja, ja. Hoch geht eigentlich. So, wo ist denn zum Beispiel? Da drüben das. Was ist hier? Zwiebeln. Das schaut schön besser aus. Also das hier auch eine coole Textur. Zwiebeln. Mhm. Kannst du dir einen Früchte angucken. Und das oder Kritikale. Okay. Und was gibt's noch? Was ist denn so, ja, komm? Das ist hier, Mond. Das ist hier, Mond. Mond schon abgelassen. Mhm. Irgendwie ist das so hell für mich. ein bisschen, vielleicht ist es so, gehört doch so, aber ein bisschen heller, aber sonst eigentlich auch cool. Ja. Und den Wohnen auch schon. Und das hier dann, und da ist der Weiß cool. Ist auch gleicher Zeit, aber das ist der Weiß, das läuft. Das waren, glaube ich, alle neuen Krauten haben wir schon gesehen. Das war, glaube ich, das ist dieses rosa, oder? Ne, oder? Fahrraden hatten die Fahrraden, oder? Eingeteilt bekommen aber, wo es ein Ding ist, wenn mir noch ein bisschen passiert. Aber das ist schon komplett abgehandelt. Er ist ein Krauten. Ja, rosa ist Krauten. Oh. Ja, wird auch nicht schlecht aus. So und dengulwurst, ja. Röda. Was ist hier so? Nein, der ist schon abgehandelt. Ich glaube, der ist schon überall abgehandelt. Egal. Das darfst du nicht noch gucken, aber. Ja, ich würde nur sagen, ich war es schon dieser vollen Kraut aufrunden. Ich gebe dem App, glaube ich, so eine 7.10. Erstens, weil es viel aufgebaut ist, es hat viele Wälder, es ist eine Vierfrucht, hat viele Höfe, wenn man Freunde zocken, ähm, was soll ich jetzt noch sagen, viele neue Früchte, gibt es, was man hernten kann, ein bisschen Abwechslung, Aufbau ist sehr cool, es sind nicht zu so große Felder, sondern mittelgroße, kleine sind noch dabei, unterschiedliche Höfe, ein paar größere Felder sind noch dabei und, ja, ist nicht so alles gerade, komplett. Da gibt es auch ein paar hoher Punkte, hier zum Beispiel einen Berg, der hat einen Wald drin, ah, Wald drückst du, Schlauchpolis, gegen Stöcke rum, die Wege sind auch nicht schlecht, zum Beispiel Wasser drin, ja, also der Map kann eigentlich nichts schlechter sein, Sonnenblumdrückst du, finde ich, ich glaube, es ist eine neue Textur, ich weiß es aber nicht, und wir werden immer sagen bis zur nächsten Folge und tschau.